Unsere Zeit hier in Banff geht langsam zu Ende. Wir haben in den letzten Tagen einige gute Gespräche geführt und sind mit unserer Planung des Skipakets gut vorangekommen. In der Heimat geht es dann an die finale Umsetzung und ich kann nur so viel sagen, freut euch, es wird eine geniale Sache, das Skifahren hier in den Rockies ist unvergleichlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.